Einen wunderschönen guten Morgen. Ich will jetzt Katja ab. Wir wollen nachher mal nach Eschwege fahren. Mal gucken, was da alles so gibt. Wir sind jetzt in Eschwege. Katja ist das erste Mal hier. Wie gefällt sie denn hier? Sehr schön. Tolle Landschaft. Super. Besser auf die Brücken, die sie reingebaut haben. Aber wirst du mal? Ja. Kleine Planänderung. Wir fahren jetzt doch lieber nach Mühlhausen, weil in Eschwege gibt zeitlich so viele Geschäfte. So, wo sind wir hier? In Pepco, in Mühlhausen. Die haben nämlich alles. Action und Pepco. Ja, der Prover ist voll süß. So, zwei Mal packen. Ach guck mal. Hast du noch so eine süße Hose gepackt? Zehn auch? Zwei Stück? Ist zwar zu klein, aber kannst du auch nicht meckern, oder? Fünf Euro ein Pulli. Oh, süß. Also hier gibt es richtig schöne Sachen auf jeden Fall für Kinder und Mädchen. Viele Disney Sachen auch richtig günstig. Na ja, gut. Nehme ich lieber größer, hast ja recht. Wir haben eben erst angefangen mit Einkaufen. Hier waren wir schon frau. Deiner, Katja? Hier. Servus. Hier. Also hier gibt es sogar solche Sorgenfresserpullover. Die sind voll süß. Können wir was rein tun. Also natürlich eure Sorgen oder vielleicht auch die des Kindes. Ein Bonbon. Ein Bonbon. Ein Bonbon. Ein Bonbon. So, und zu dem Sorgenfresserpullover gibt es noch die perfekte Hose. Nehme ich jetzt mit für mein Kind. Katja, drehe mal bitte um. Da bekommt der Begriff, du hast den Arsch, auf eine ganz neue Bedeutung. Die kaufe ich auf jeden Fall auf. So, und hier gibt es auch noch eine. Die ist auch total wies. Mein Gott, der Leiden ist aber auch anstrengend. Ich geb' jetzt so viel Geld aus heute. Ist natürlich auch sehr süß. Ich hab jetzt auch noch mal so ein T-Shirt mitgenommen für meinen Sohn. Voll die schönen Sache. Wir sind jetzt hier in der Sockenabteilung. Katja shoppt schon wieder. Schon wieder. Naja, also für mich sind die jetzt nicht so, aber ist halt auch schöne Unterwäsche. Solche, die man nicht sieht, dass man was drunter hat. Och, süße Monster-Komfort. Die müssen einfach. So, falls noch jemand hier so was sucht. So eine Monatsmatte. Interesse an Vermehrung? Das ist schon eine Kerze. Ich zeig' euch jetzt mal, was die hier alles so haben. Aufbewahrungsboxen. Ist eigentlich noch besser als Action. Oh, jetzt Paraffin-Kerzenabteilung. Soja-Wachs übrigens. Hier gibt's sogar Duftrocken für Wachsmerz. Genau, selber machen. Also die Wachsmerz. Oh hier, Zement-Kerzen. Das ist ja eine riesen Kerzenabteilung. Da gibt's sogar Soja-Wachs-Kerzen. Das feier ich ja hart. Ich spitze mich nicht überall. Wie die Größe? Sechs Euro. Schnäppchen. Und echt angenehm. Schöner Duft. Die hier sind richtig rot. Bergarmot. Die sind bestimmt mindestens 7%. Also okay, das muss einem gefallen vom Duft. Aber was hast du da jetzt für eine? Bergarmot. Die ist gut. Aber die ist gut. Es gibt hier Blumentöpfe, die haben Brillen auf. Die sind auch süß. Ich hab zwar noch welche, aber nicht die Größe sein. Ich hab's auch ganz geklappt. Oh, die sind auch schön. Also kann ich nur empfehlen, den Nagel. Alles was weich ist, muss ich leider anfassen. Tut mir leid, ich liebe Sand. Schöne Kissen haben sie ja auch. Alles ja preiswert. Der ist auch schöner Seitenspender. Der schimmert so schön. Kostet auch nur 3 Euro. Kann man den ja oben besacken. Mundbecher. Gibt's auch noch als Seifenform. Davon sind nicht mehr viele da. Mit Muscheln. Bewegt sich sogar. 2,45 Euro. Und noch nirgends gesehen. Gibt's auch die passenden Mundbecher dazu. Hier die etwas schlichteren Varianten. Oh. Das ist ja wieder voll mein. Oh. Kostet der? 2,50 Euro. Das hat gekauft. Oh, das fühlt sich gut dann. Und dann nehmen wir noch. Und dann nehmen wir noch. Das ist irgendwie schlimm. Aber ist das Plastik? Ja. Das sieht aber im Osten gar nicht so aus, ne? Ja. Und was machen wir hier mal? Zahn lösen. Ja. Aber das gefällt mir echt gut. Hast du da oben die gesehen? Kannst du schütteln. Ja. Finde ich jetzt nicht so. Ist jetzt nicht so deins. Ist jetzt nicht so deins. Okay. Wir haben so wirklich richtig schöne Sachen. Ähm. Auch richtig günstig. Ich hab mir jetzt den einmal mitgenommen. Und zweimal die Mundbecher. Was hast du denn jetzt gefunden? Das weiß ich auch nicht genau. Ich glaub das ist ein Trinkglas. Guck. Das nehme ich jetzt für die Papp Strohhelme noch drin. Weil wir sind ja so ökonomisch. Zeig nochmal. Ich mein hier die Sprinkles. Ach so. Die Entschuldigung. Aber ganz cool. Ja. Nett. Nett. Jetzt sehen wir mal hier Katja das Einkaufswagen. Und meinen. Hier hab ich jetzt noch was ganz interessantes gefunden. Das sind eigentliche Wasserperlen für Pflanzen. Und da ist einfach ähm Duft drin. Für den Raum. Also Raumduft. Das hab ich noch gar nicht gesehen. Hier gibt's auch eine Tierabteilung. Spielzeuge. Oh. Bürsten für Tiere. Packerbeute. Hier mal die Partyabteilung. Ja. Hat er jetzt was für ein Kindergeburtstag. Hm. Und hier haben wir auch noch die Spielzeugeabteilung gegeben. Das ist einiger Moment. Das ist einiger Moment. Das ist einiger Moment. Was der ist. Und die sind auch cool. Die kann man langziehen. Ja. Das hier ist auch total süß. Von Bobby. Könnt ihr eure Wäsche mitkärben. Er wird Glover. Stiftehalter. Stiftehalter. Das ist ein süßer Weg. Das ist auch schön. Und hier gibt's von Harry Potter so Schälchen. Die kosten 4,50 Euro. Zwei Stück. Hier haben wir noch mehr Spielzeuge. Ich habe jetzt gerade das gefunden für meine Tochter. Glitzert der Dusch. Schön. Du kannst es nicht. Hast du ja so aufgeräumt hier der Laden, ne? Was ist das? Große. Ich krieg jetzt noch einen Nagel. Zwei. Wir brauchen nur zwei. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube ich werde arm heute. Katja ist mit zu drüben. Ich würde nicht sagen, ich habe viel zu viel Geld ausgegeben du Katja. Wie jetzt nicht in Grenzen? Ja. Ich kaufe es auf die wieder. Gehe ich nicht mehr rein. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Glitzert ist eine sehr schöne Altstadt. Hat eine sehr schöne Altstadt? Verfügt über eine sehr schöne Altstadt? Ja, mein Stück. Das DM. Rossmann gibt es auch übrigens. Alles Glitzert. Alles Glitzert. Ja. Andere Städte hätten gerne einladen davon. Und die haben gleich beide. Genau. Pepco ist nämlich richtig nass. Richtig nass. Richtig nass. Richtig viel Geld da gelassen. Leider. Aber was macht man nicht alles für seine Kinder? Ja, könnte man denken, wir haben sie lieb. Hier, Tarko. Hier, die Baumgäcke. Alles da. Das ist ein Ectodog. Was für den? Ectodog. Ja, wirklich sehr schön. Wie stehen Sie so zur Kirche? Ah, ich halte Abstand. Wir sind jetzt wieder was essen. Und Katja hat sich was gekauft. Bei Big Lebowski gibt es das. Wer ist das Buch? Loch und Spritz. Nee, Lach und Spritz. Entschuldigung. Lach und Spritzbeschicht. Ja, das hat mir der Autor vielleicht mal vorschlagen. Wäre für der beste Titel gewesen. Wann ist das lustig? So weit bin ich noch nicht. Ich habe das angefangen. Ich lesen mal ein paar Titel vor. Was sind ein paar Titel? Warte, du musst erst mal erzählen, worum es geht. Worum geht es denn da? Das geht darum, dass das eine Kundin von dem Laden ist, die als Hotline-Girl arbeitet. Also eine ältere Dame wurde uns gesagt. Rentnerin? Ja. Sie arbeitet in so einer 090 Hotline. Und hat dann irgendwann einfach mal... Auf die Idee kamen sie durch ihren Schwiegersohn, das hat sie hier reingeschrieben. Und kamen halt auf die Idee, das umzusetzen und den Leuten einfach mal wissen zu lassen, was die Männer am Telefon so alles von sich geben. So, was hast du jetzt nochmal gefunden? Der Hosenscheißer aus der Schweiz. Oh nein. Oh nein. Es wird interessant. Also ich würde sagen, wenn ich nachher heim fahre, kannst du ja schon mal anfangen vorzulesen. Ja. Der putzige Schwabe. Ja. Was hast du jetzt noch? Der Fäkalien-Fetischist. Das Buch scheint richtig gut zu sein. Hast du Hunger? Ja. Ich lese ja noch nicht genau. Oh meine, ich hab's richtig Hunger. Gucken wir ins Essen gucken. So, hier ist es. Jetzt haben wir schon richtig Hunger nach den Geschichten. Wo Katja denn es da sitzt? Ja. Hier gibt's ein Schulgeschäft, das heißt El-Bandi. Na Katja. Ja. Das müssen wir sagen. Katja. Ja. So, wir sind jetzt fertig mit Shopping. Das ist ein schönes Wappeltier. Ja, genau. Wir sind jetzt fertig mit Shopping in Mühlhausen. Wir laufen jetzt zurück zum Auto. Ist nicht viel? Wir müssen jetzt die Kinder holen. Sonst wären wir noch länger hier geblieben. Wir sind viel? Ja, sonst kriegt man Ärger. Ja. Also Mühlhausen kann ich empfehlen. Schöne Altstadt. Nette Menschen. Sehr. Schöne Geschäfte. Äh, ja. Ich glaub, wir müssen jetzt hier links. Ja, und eigentlich wollten wir ja eine Eschwege-Shopping-Tour machen. Aber in Eschwege gibt's halt nicht so viel wie hier. Jetzt sind wir doch wieder im Osten gelandet. Weil Katja gemeint hat, ja gut, wir fahren jetzt von Eschwege nach Mühlhausen. Aber egal, was soll's. Oder gar nicht so weit. Na, da gibt's schöne Autos, schöner BMW, schöner Alder. Hm. Wir sitzen oben drinne, du. Es läuft. So, echt gut, dass ich einen Akku aufgeladen hab, weil eigentlich war das wieder so eine spontane Aktion. Aber es sind ja eigentlich immer die Besten so. Ja, aber irgendwann stürzen sie uns in die Armut. Na ja, wir gehen ja. Das sind ja so schön spontan. Ja, wir kommen auf den Arm. So, jetzt wollte ich auch noch genötigt zu Action zu gehen, obwohl ich schon heute so viel Geld ausgegeben hab. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Aber eigentlich brauch ich nix. Na ja, wir werden's sehen. Sie flungert, sie hat Emissionen. Nein, ich glaub sie will nix. Kann ausgeben. Boah, Sodastream. Aber nein, du hast ja gesagt, dass es was gibt für den Körper. Die Kohlensäure ist ungesund, ja. Gut. So, auf jeden Fall schön. Frühstücksschälchen für Cornflakes, für Nutella, für Kinder. Genau, eigentlich mit 1,79? Ja. So, Katja, nach was suchen Sie denn jetzt eigentlich? Ich suche nicht. Achso, du findest. Ja, ich finde es nicht. Okay. Du kannst auch Holzdorf kerzen. Die sind aber zu lang, also wenn ihr solche kauft, müsst ihr ihn doch noch mal kurz, sonst brennen die nicht richtig. Ist der zu lang? Ja. Echt? Ja. Kannst du noch einen halben Zentimeter abschneiden. Kannst du sie noch mal mitnehmen? Vielleicht nehm ich noch mal so eine. Gingerbread. Da geht's ja schon los. Schau mal, Weihnachten ist es auch schon hier angelangt. Hamkinspreis. Noch einen schönen Kerzenständer. Oh, der glitzert schön. 6,95 kostet der. Guck mal, was sind denn das für die? Ja, die habe ich auch noch nicht gesehen. Hunde? Nein, das sind Floating Candles. Die schwimmen auf dem Wasser. Das sind so Schwimmkerzen. Ah, okay. Kannst du eine Schüssel in eine Schale machen, weißt du? Und dann lass du da Wasser rein und dann kannst du die schwimmen lassen. Ja. Was sind die 2,99? Das ist eigentlich günstig. Ja. Bis zu 45 Stunden. Ne, 4,5 Stunden. Hier gibt's jetzt sogar schon elektronische Bubblekerzen. Das ist ja... Also... Nicht so schön. Stellt sich dann sowas hin. Hier hab da Kerzen, da ist der Ständer gleich mit dran. Also er brennt gleich mit ab. Nicht wiederverwendbar. All in one ist das. Genau. All in one. Das haben wir jetzt hier noch. Aromadefinzer. Riecht das gut? Ne. Das ist nicht sehr stark. Riechen sie mal. Die sind aber von Airwig, die... Ein bisschen hochwertig. Brauchst du nicht mal putzen. Machst du ein Ding an, zack. Riecht so, als hättest du sauber gemacht. Bei Action gibt's auch schöner Halloween-Dekoration. Halloween, das geht es! Guck mal, das ist geil, ne? Der ist doch cool. Der Süße ist. Können Sie mir mal eine Hand reichen? Den kauf ich. Was kostet der? Ja, so viel zum Thema, ne? Den kauf ich. Hier haben wir so coole Schalen. Die geht nicht. Ein bisschen verstörend für die Kinder, aber ansonsten... kann man das mal machen. Ist doch cool, ne? Guck mal, die Hexe. Aber die geht nicht. Du musst ziehen. Zieh mal hoch. Dann musst du bestimmt irgendwo was drücken. Nein, du musst sie hochziehen. Was ist das denn? Was ist denn mit dem Eichhörnchen passiert? Ich glaube, irgendwas stimmt mit Rudi nicht. Rudi. Stehlaugen, Rudi. Wir machen lieber wieder zu. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Schlaf. Ja, hier ist noch mal Halloween. Mit so einem Kronleuchter. Ah, hier, Try Me. Steht's doch. Oh. Oh Gott, was ist das denn? Kann man ja auch was drücken? Ja. Du musst mal eine Großtanne federlicherseits. Jetzt weiß ich nicht, was die so macht. Jetzt hast du Angst. So wie abends. Was hast du da jetzt noch gefunden, Patja? Guck doch mal. Der ist geil. Was kostet der? Ja, der kostet 3,99 kosten die. Die sind toll. Die gefallen. Oh, guck mal. Was haben wir denn hier? Oh, cool. Das ist geil. Das ist geil. Das kaufen wir. Fünf Euro. Sprechen wir ins Wohnz. Möchtens. Hm. Hm. Leute, ihr müsst zur Action kommen. Die haben hier richtig geile Sachen. Schön. Können sie ihren Hut selber anmalen? Klasse. Geist. Die Hexe. Anna, das ist Diamant, ne? Das ist zum Bekleben. Ah, gut. Mal gucken, wo es auch dabei ist. Ja, schön. auch Halloween. Und Miggi und Menni, oder? Ist das auch Halloween-Collection? Angst ist nicht, ist das niedlich. Guck doch mal. Wunderschön. Hier ist so eine Spinne. Jetzt häng ich mir an die Tür, da kommt kein Besuch. Da sind alle Angst. Ja, weil die so realistisch aussieht. Mach doch was. Hier für so ein Gothic-Baby. Kennst du das Gothic-Baby bei Instagram? Nein. Guck mal Dumbo. Wer so was seinem Kind nicht kauft, der ist wirklich kein Mensch. Kriegen ja Albträume noch. Ah, Katja hat ihre Hexenrot gefunden da oben. Naja, ich hab schon einen lange. Kann sein hier so schönes. Also wenn wir Halloween-Party bei mir machen, dann müssen wir hier noch einkaufen dürfen. Das ist für die Katz. Ah, guck mal. Da hat die Katze nämlich dann einen Schneidungsbraunschwanz. Kannst du es da reinlegen, ne? Macht ihr bestimmt. Findet so eine Katze bestimmt klasse, sagt sie, das wollte ich schon immer mal haben. Das knistert aus. So, ich muss jetzt Katja aber irgendwie hier rauskriegen. Also wir fahren jetzt zurück, die Kinder abholen. Ich bin schon übelst am Spitzen des Sonnen. Wie viel Grad sind es denn eigentlich? Ich weiß nicht, ich hab nicht so ein modernes Auto. Ich denke mal, wir sind nur bei 26, 28 Grad. Ja. Ja, also ziemlich warm. Und... Ja, komm, ich geb dir die volle Möhre. Ja, aber da hat er noch was von Salz. So. Wir fahren jetzt heim, weil wir holen jetzt unsere Kinder ab. Und... Wir haben ja extrem viele Kindersachen gekauft. Und im nächsten Video werde ich... 4! Ja gut, ich. Zapf! Ja, bei Pepco, ne? Pepco heißt das. Pepco. 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 Ich bin auch beim nächsten wieder mit dabei. Macht's gut. See you later. Alligator.